Alle Warnungen waren umsonst, alle Vorhersagen trafen ein, das Chaos regierte. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Kreuz des Südens war das Symbol einer neuen, angstbringenden Art. Die Welt braucht einen Führer. Willkommen in der Zukunft. Lasst uns die Westen füllen! Der Regen macht mir nicht aus. Das sind Samen, die man gepflanzt hat, Blumen aus dem Wasser. Aus der Erde wachsen. Ich werde die Hoffnung zurückkehren. Bist du etwa blind? Was machst du da? Etwas, das mich mein Vater gelehrt hat. Die Hoffnung für uns Menschen ist die Faust des Nordsterns.